Jesus, dir ist Herr alle Ehre, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen. Danke für alles, was du auf dich genommen hast. Du siehst die Last in unseren Herzen, die tief auf unserer Seele liegt. Danke, dass du es nicht ertragen hast, was die Sünde mit uns macht. Und dass du sie deshalb getragen hast ans Kreuz und uns freigemacht hast. Ich bete, dass du uns heute begegnest. Du Gekreuzigter, du Auferstandener Herr, wir beten dich an. Amen. Alltag, Business as usual. Er ist gehorsam, er ist loyal. Er kannte, was es bedeutet, Schmerz zu haben. Und er war ein Leiter. Zenturio, Chef über 100 Soldaten. Und er war wieder bei seinem Alltagsgeschäft. Er musste, er durfte wieder Menschen kreuzigen. Dort hingen Rebellen. Dort hingen Leute, die sich gegen das Römische Reich aufgelehnt haben. Dort hingen Menschen, die von Gott verflucht waren. Und er macht das Beste draus. Er macht das Beste draus. Er vertreibt sich die Zeit beim Würfelspiel. Er hat es schon öfter durchgespielt. Hey, ich mache das Beste draus. Routine. Aber dieser Tag war irgendwie anders. Er wusste, um 18 Uhr muss alles gelaufen sein, weil sonst gibt es Ärger mit den Juden. Und dann war da dieser Jesus, der genannt wurde, König der Juden und unschuldig gewesen sein soll. Wer es glaubt, wer es glaubt, wird seelig. Und so wird dieser Jesus routinemäßig an dieses Kreuz genagelt. Und wie gesagt, er vertreibt sich beim Würfelspiel, die Zeit. Und dann plötzlich fängt etwas an, in ihm zu schwingen. Er hört Sätze und sagt, Gottes Sohn, Christus, Messias, steig herab von diesem Kreuz. Da fängt etwas an, in ihm zu schwingen. Plötzlich wird es ganz dunkel. Die Erde verdunkelt sich für drei Stunden. Was für ein Naturschauspiel. Plötzlich ein lauter Schrei. Ein Blick ans Kreuz, dem er gegenübersteht. Und er schaut diesem Jesus in die Augen. Und Jesus schaut ihn an. Sein Blick trifft ihn mitten ins Herz. Und Jesus stirbt. Wenn ich Ressicheur dieser Geschichte gewesen wäre, die hier niedergeschrieben ist, in Markus 15, dann hätte ich immer wieder gesagt, stopp, stopp, stopp. So goes it not. So kann es nicht gehen. Dieser Text schreit vor Ungerechtigkeit durch jede einzelne Pore. Und es wird zunehmend schlimmer. Und ich denke mir so, nein, das kann nicht sein. Warum? Ich bin tief betroffen. Weil es wegen mir ist. Weil es für mich ist. Und ich mag mich vielleicht wehren. Nee, wegen mir hätte es nicht sein müssen. Doch es ist für mich, dass Jesus dort allein und verlassen von Gott stirbt. Kennst du das? Dass du dich fragst, hey Gott, wo bist du? Dass du dich fragst, Gott, kann es sein, dass du mich eigentlich gerade verlassen hast? Jesus kennt es. Jesus hat die tiefste Gottverlassenheit an seinem eigenen Leib zu spüren bekommen. Er schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum, warum hast du mich verlassen? Jesus ist das Leid dieser Welt nicht fremd. Jesus ist kein Gott, der irgendwo weit entfernt herumdrohnt, sondern Jesus ist ein Gott, der mitten im Leid zu erfahren und der mitten im Leid da ist. Warum? Weil er es unerträglich findet. Er findet es unerträglich, dir zuzusehen, was du zu tragen hast. Und deshalb, er trägt der am Kreuz, was ich hätte tragen müssen. Markus 15. Der hohe Rat beschießt Jesus, ist schuldig aufgrund von Gottesdessen. Sie können ihn nicht umbringen, also bringen sie ihn zu Pilatus. Pilatus soll ihn dann letztendlich verurteilen und ans Kreuz bringen. Und interessant ist in Markus 15, je lauter die Anklagen werden, je lauter die Menschen schreien, desto leiser wird Jesus. Je länger diese Geschichte wird, desto größer wird die Ungerechtigkeit. Und sie schreit, wie gesagt, aus jeder Pore des Textes heraus, Ungerechtigkeit. Aber diese Geschichte, sie geht einfach weiter, sie nimmt ihren Lauf. Pilatus erfindet nichts Unrechtes an Jesus, aber er hat Menschenfurcht und keine Gottesfurcht. Vermutlich, weil ihm der Durchblick die Erkenntnis gefehlt hat. Das Volk verlangt von Pilatus, dass er Barabbas freilässt, einen verurteilten Mörder und dass er Jesus kreuzigen lässt, der unschuldig war. Und weil Pilatus ein bisschen labil dastand in seiner Politik, Menschenfurcht hatte, entschließt es sich letztendlich dazu und Jesus wird gekreuzigt, weil das Volk es so wollte. In Markus 15, Abvers 20 steht dann, Nachdem sie ihn so versportet hatten, zogen sie ihm den purpurroten Mantel aus, das war ein imitierter Königsmantel, und seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus aus der Stadt, um ihn zu kreuzigen. Da kam ein Mann vorbei, es war Simon von Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Er kam gerade vom Feld zurück, den zwangen sie für Jesus das Kreuz zu tragen. Jesus war schon so fertig, er konnte das nicht mehr selber. So brachten sie ihn zu der Stelle, die Golgotha heißt, das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Sie wollten ihm Wein zu trinken geben, damit Mürre versetzt war, ein leichtes Betäubungsmittel, aber er nahm ihn nicht. Er trinkte den Kelch bis auf den letzten Schluck, aber kein Betäubungsmittel. Dann kreuzigten sie ihn. Die grausamste und schmerzlichste Art zu sterben. Du stirbst tausend Tode, sagen Historiker zu dieser Zeit. Juden sagen, nur Verfluchte hängen am Kreuz. Und sie verteilten seine Kleid und losten aus, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, neun Uhr. Auf einem Schild stand der Grund für seine Verurteilung, der König der Juden. Eine spitze, eine Verhöhnung an die Juden, eine Verhöhnung von Jesus. Und eine tiefere Wahrheit kannst du nicht schreiben. Und mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links für ihn. In ganz kurzen Sätzen peitscht uns hier Markus durch einen Text hindurch. Und jetzt wird es plötzlich langsamer. Und da geht es darum, was die Menschen um das Kreuz sagen. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten in ihren Köpfen und sagten, du wolltest den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufwollen. Rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Und genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten über ihn los. Und sie sagten, andere hat er gerettet. Ja, ja, sich selber kann aber nicht retten. Der tiefste Schmerz ist, wenn du in deinem tiefsten Schmerz keine Empathie erfährst. Jesus erlebt es. Der Christus, der König von Israel, soll jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, ja, dann glauben wir. Meine Frage ist, hätten sie das wirklich? Auch die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspotteten ihn. Einer nimmt Jesus später an. Es war die sechste Stunde, zwölf Uhr. Da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Sie dauerte bis zur neunten Stunde, bis 15 Uhr. Und um 15 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer lief hin und tauchte einen Schwamm in Essig. Den steckte er auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte, lass mich nur machen, wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus, er schrie laut auf und er starb. Und da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Und ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, er sah genau, wie Jesus starb. Er stand Jesus direkt gegenüber. Und ich frage mich, als ich die Blicke getroffen habe, was hat er da gesehen? Das folgende Satz aus ihm heraus sprudelt. Wahrlich, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Dieser Mensch war wirklich echt. Das ist volle, pure Wahrheit. Der war wirklich Gottes Sohn. Und in einem absolut destruktiven, dunklen, verlogenen, ungerechtigen Text plötzlich diese Spitze, dieser Gipfel. Und er ist der Deutungsschlüssel für den gesamten Text. Dieser ist Gottes Sohn. Und es gibt so unwahrscheinlich zu diesem Text, so viel zu sagen zu diesem Text. Ich habe mich mal auf ein paar Sachen fokussiert. Und dann immer auf dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mindestens einen frommen Juden hätten wir klar sein müssen, was Jesus da macht. Er zitiert nämlich den Anfang vom Psalm 22. Jetzt hängt Jesus röchelnd am Kreuz, halb ersticken. Dass er nicht ganz deutlich gesprochen hat, ist klar. Und im Aramäischen bietet die Aussprache von Eloi auch ein A an. Das heißt nachvollziehbar, dass die Leute Elia vielleicht verstanden haben. Aber es ist definitiv das Zitat aus Psalm 22. Mit seinem letzten Atemzug hält Jesus quasi eine Predigt. Nämlich Psalm 22. Und da steht Psalm 22, Abvers 1. Für den Chorleiter nach der Melodie Hirschkuh der Morgenröde. Ja, wer kennt sie nicht? Ein Psalm von David. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern ist meine Rettung. Ungehört verhalten, mein Hilfeschrei. Mein Gott, rufe ich am Tag. Doch Antwort gibst du mir nicht. Ich rufe in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht. Kennst du das? Du aber, du bist der Heilige. Du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Vorherfahren. Sie vertrauten darauf, dass du sie retten wirst. Sie riefen zu dir und sie wurden gerettet. Auf dich haben sie sich verlassen und wurden nicht enttäuscht. Er steht, das Gefühl, das Verlassensein, das ist nicht das Ende. Das hat Gott über die Jahrhunderte hinweg erwiesen. Er rettet. Und ab dieser Stelle setzt dann dieser Psalm, der von David kommt, in eine Prophetie über Jesus. Ab Vers 7 geht es los, dass dieser Psalm eine Prophetie über Jesus ausspricht. Und ich habe einen Vergleich mal mitgebracht, Psalm 22 mit Markus 15, dass ihr das mal nachvollziehen könnt. In Vers 8 heißt es in Psalm 22, alle, die mich sehen, lachen nur über mich. Sie spitzen die Lippen, sie schütteln den Kopf. Und dann Vers 29, Matthäus 15. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe. Wenn du sowieso schon am Boden liegst und dann noch körperlich und seelisch auf dich eingetreten wird, um Schmerz keine Empathie zu bekommen, das kannte Jesus. Und David hat es schon vorausgesagt. Vers 9. Vers 10 soll er da seine Last auf den Herrn abwälzen. Der soll ihn auch retten. Der soll ihn doch aus dem Elend reißen. Er ist ja sein Freund, den hat er doch lieb. Und Vers 30 heißt es, rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Und genauso machten es die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten über ihn lustig. Sie sagten, andere hat er gerettet. Sie selber kann er nicht retten. Hey, wenn du doch Gott selber bist, dann rette dich doch. Dann komm vom Kreuz runter. Oder Matthäus ergreift es noch mal ein bisschen präziser auf. Er sagt, er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Jesus, komm, Junge, sei doch ehrlich. Es ist allen offensichtlich. Es ist doch allen klar. Gott hat sein Angesicht vor dir verborgen. Du kannst nicht Gottes Sohn sein auf keinen Fall. In Vers 17. Ja, Hunde rotten sich um mich zusammen. Eine Meute von Bösen hat mich eingekreist. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Und jetzt, sie kreuzigten mit Jesus, zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Horde von Hunden, das sind die Spötter, das sind die Verbrecher rechts und links. Hände und Füße durchbohrt. Das ist eine Prophetie von David dafür, dass Jesus gekreuzigt werden wird. Vers 19. Sie verteilten meine Kleider unter sich und sie werfen das Los über mein Gewand. Vers 24. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten aus, wer was bekommen sollte. Spürt ihr das? Nahezu eins zu eins, was da gesagt wird. Wofür steht das Ganze? Warum dieser Vergleich? Dieser Text, der gerät nicht außer Kontrolle in Markus 15, auch wenn das so aussieht. Es sieht absolut nicht überragend aus, was da gerade passiert, aber es ist es definitiv. Hier passiert nichts Unkontrolliertes, sondern der Plan Gottes, er setzt sich um. Ich habe euch den ersten Vers der Prophetie mal noch vorenthalten, die da steht. Psalm 22, Vers 7. Der ist nämlich sehr interessant. Da heißt es, ich aber bin ein Wurm. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Gespött der Leute und verachtet vom Volk. Und dieses Bild, es passt so gut. Warum Jesus hängt dort oben am Kreuz, aber in Wahrheit liegt er am Boden. Auf ihm wird rumgetrampelt, körperlich und seelisch. Er liegt da unten im öden Land, im Dreck und wird zermalmt von den Stiefeln der Spötter. Jesus, er ist kein Mensch mehr, er ist total entstellt. Und es passt zu den Gottesknechtsaussagen im Jesaja. Da wird uns auch eine entstellte Person letztendlich dargestellt. Jesus, er ist seiner Würde beraubt. Jesus, er wird behandelt. Nein, er wird misshandelt, wie kein Mensch es jemals verdient haben könnte. Er ist entsetzlich entstellt. Und deshalb, ich bin nicht mehr als ein Wurm. Niedriger kann man nicht mehr sinken. Tiefer kann man nicht mehr sinken. Das symbolisiert das Folterinstrumentkreuz. Schockiert dich das? Ja. Zu Recht. Warum? Diese ganze Szenerie, sie verkörpert die Sünde in all ihrer Destruktivität, in ihrer Zerstörungswut, in ihrer Antigöttlichkeit und wie sie tödlich ist. Das ist das Zeichen des Wesen der Sünde. Jesus, er ist im Leid nicht weit entfernt, sondern er ist mittendrin. Wenn ich jetzt hier fragen würde, hier in die Runde, wer von euch hat das schon mal erlebt, dass er von Menschen verlassen wurde? Ihr müsst jetzt nicht die Hand heben. Und ihr stellt euch vor, andere Menschen würden auch die Hand heben. Dann wärst du mit deiner Empathie, mit deinem Mitgefühl sofort bei dieser Person, weil du Gleiches erlebt hast. Jesus, er durchleidet dort am Kreuz alles Vorstellbare hier in dieser Welt. Er erleidet es. Und somit gibt es niemanden, der tieferes Mitgefühl auch mit dir haben könnte als dieser Jesus. Und dieses Leiden von Jesus wird in Markus an den Menschen im ganzen Kosmos deutlich. Das Wesen der Sünde. In Markus 15, da gibt es drei Stunden Finsternis. Das ist nicht mal kurz ein bisschen Mond vor die Sonne oder so, wie das funktioniert und drei Minuten dann, sondern drei Stunden lang. Das war ein Naturspektakel. Es steht dafür, für Gottverlassenheit, für Einsamkeit. Es ist total deutlich, dass hier in Lügen und Neid, das sagt Pilatus über die führenden Priester, aus Neid haben sie ihn überantwortet. Lügen und Neid führen zu Ungerechtigkeit. Die größte Wahrheit, die am Kreuz hängen konnte, nämlich König der Juden, eigentlich König der Welt, die wird als eine Mobbing-Phrase verwendet. Die Bestialität der Sünde, sie wird deutlich am Kreuz. Und wir, ich glaube, allzu oft verharmlosen wir die Sünde. Ja, so ein bisschen Steuern hinterziehen, kriegt ja keiner mit. Also so ein bisschen egoistisch sein, ein bisschen muss man ja auch nach sich selber schauen. So ein bisschen über einen anderen reden. Ja, man muss ja auch sagen, wie es halt ist. Ist ja noch nicht gelästert. So ein bisschen Sünde ist ja nicht schlimm. Doch, absolut. Schau dir das an. Diese Szenerie am Kreuz zeigt dir deutlich, Sünde ist bestialisch, vernichtend und einfach nur tödlich. Das zeigt uns Psalm 22 in so deutlichen Worten, da heißt es in Vers 15 und 16, wie Wasser bin ich ausgeschüttet, das ist die Konsequenz der Sünde. Und alle meine Beine, Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist wie Wachs geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton, das springt. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Da wird ergänzt es in Psalm 32 nochmal, wie er dasselbe erlebt. Er sagt von der anderen Seite erst, hey, glücklich darf sich jeder schätzen, dessen Vergehen vergeben werden, dessen Sünden zugedeckt sind. Hey, glücklich zu preisen, zu beneiden ist der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. So täuscht es sich nicht über sich selbst. Doch als ich meine Schuld verschwieg, und das ist jetzt wichtig und essentiell, als ich meine Schuld verschwieg, verloren meine Glieder jede Kraft. Ich stöhnte den ganzen Tag, Tag und Nacht spürte ich, wie deine Hand mich niederdrückte. Ich lag da wie ein Feld, das die Sommerhitze ausgedörrt hat. Seht ihr und spürt ihr diese Zerstörungswucht der Sünde und wie wir Menschen dazu tendieren, das schön zu reden und auch schön zu verheimlichen? Nach außen hin, da ist alles happy-clappy. Das sieht alles schön aus, aber innen, wie sieht es da aus? Was knächtet dich? Was ist da für eine Zerstörungswut auch in dir, vielleicht auch an dunklen Gedanken? Ich habe euch bewusst ein Unterhemd mitgebracht. Warum? Das zieht man ja drunter, das sieht man nicht wirklich. Und diese Zerstörungswut der Sünde, die wird so sichtbar in unserem Leben. Zum Beispiel in Beziehungen, die zerbrochen geworden sind. Und es ist kein Streifenhörnchen, das auf dem Klo war. Das wird sichtbar in dem, dass ich so eine leicht egoistische Tendenz habe. Ich mich, meiner, mir. Gott segne diese vier. Da wird diese Zerstörungswut total sichtbar. Es ist in dem, wo mich depressive Gedanken niederpeitschen und keiner, keiner sieht es, keiner erkennt es, wie es mir eigentlich gerade geht. Es ist die Sucht, die dich in die Knie zwingt, die dir laut einredet, hey, du bist es nicht wert, Gottes Kind zu sein. Du müsstest es doch besser wissen. Du müsstest es doch besser können. Es ist das, wo ich Menschen verletze. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, wie es einfach nur mich zerstört. Und das tragen wir innerlich. Das tragen wir innerlich mit uns. Was für eine Zerstörungswucht. Jesus, er hat nicht in erster Linie ein Problem mit Sünde, weil es dann in der moralischen Zuspitzung, auch in moralischen Verfehlungen endet, sondern Jesus hat deshalb ein Problem mit Sünde, weil es dich zerstört. Weil es nichts erträgt zu sehen, wie es dich innerlich kaputt macht und nach außen hin sagt, mir geht es gut. Ja, aber für das, dass es dir so gut geht, hast du ziemlich dunkle Augenringe. Du hast ein ziemlich müdes Lächeln. Aber ja klar, dir geht es gut. Ist mir schon klar. Was für eine Zerstörungswucht. Und dieser Text, er ist nicht destruktiv, sondern absolut konstruktiv. Warum? Dieser Wurm steht für etwas. Dieser Wurm symbolisiert noch etwas anderes. Denn dieses Wort Wurm kann für Karmesin stehen. Karmesin bedeutet Blutrot. Jesus vergießt sein Blut für uns. Und noch weiter könnte man davon ausgehen, dass es sich hier nicht um einen Wurm an sich handelt, sondern um eine Art Schildlaus. Und dieses Schildlaus, von der wird tatsächlich dieses Karmesin gewonnen. Und das Faszinierende dabei ist, wie sich dieses Schildlaus fortpflanzt. Sie klettert nämlich an den Baumhof. Dort heftet sie sich fest. Sie klebt sich noch fett. Sie bekommt eine harte Schale. Die ist Karmesinrot. Darunter werden dann quasi die kleinen Laufen geboren. Diese Laufen, sie ernähren sich drei Tage lang von der lebendigen Mutter. Dann stirbt diese Mutter dabei, platzt sie auf. Mit dieser Karmesinroten Farbe wird dann sowohl das Holz blutrot als auch die Kinder. Das Interessante ist dann, dass die Mutter selber, wie es so von einer Art Wachsschicht bedeckt wird, sie wird weiß. Wenn man davon ausgeht, dass nicht Wurm gemeint ist, sondern diese Schildlaus mit, was schon naheliegend sein könnte, was ist das für ein Bild. Da gibt eine Mutter ihr Leben. Da gibt Jesus ein Leben für uns, für seine Kinder. Da wird aus dem, was blutrot war, was für Sünde stand, wird plötzlich weiß und wird zum Leben. Und genau das greift letztendlich auch Jesaja 1, Vers 18 auf. Jesaja 1, Vers 18, da heißt es, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Ey, das Kreuz bedeutet, Jesus nimmt auf sich, was mich knechtet und was mich letztendlich kaputt macht. Das wissen viele von uns, aber was machen wir? Ach so schlimm ist es doch nicht, komm ein bisschen waschen. Ach so, komm, so pep muss man es nicht sein, kann man bestimmt auch wieder gut machen. Naja, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Was Jesus tut am Kreuz, er sagt, hey, ich lade dich ein, du packst es nicht selber. Das knechtet und knebelt dich immer noch, das macht dich fertig. Es ist nicht einfach nur eine Bagatelle, aber komm zu mir. Ich will dich reinigen, ich will dir gut tun. Ich will, dass dein Leben wieder ganz neuen Sinn ergibt. Ich möchte das befreien so. Ich wurde abgelehnt, dass du angenommen wirst. Ich will in den Tod gehen, dass du selber leben kannst. Ich nehme all das auf dich, was dich knechtet. Dein Leid, das möchte ich in Trost verwandeln. Jesus, ich, ich, Jesus will dein Retter sein. Und ja, das ist nicht einfach nur kurz so zack, sondern das ist manchmal ein Prozess. Wie aus diesem Blutrot, wie aus dieser tiefen Verletzung, wie aus diesem bestialischen Vernichtetsein, plötzlich wieder ein weißes Gewand werden kann und du persönlich leben kannst. Es ist deine Entscheidung, willst du weiter versuchen, selber das zu machen? Oder nimmst du diese Einladung von Jesus an, der sagt, hey, ich, ich will das machen. Ich will deine Weste weiß machen. Dass das, was dich da innerlich knechtet, dass du frei davon werden kannst, ist mein Angebot an dich. Jesus schafft Freiheit. Und es wird so deutlich und so laut unterstrichen, auch in diesem Text, warum? Als Jesus stirbt, da zerreißt der Tempel, der Vorhang im Tempel von oben nach unten durch. Und es war der Weg zum Allerheiligsten. In das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, nur einmal im Jahr der hohe Priesterrein. Und jetzt ist dieser Weg frei für dich und mich. Du darfst endlich deiner Bestimmung nachkommen, nämlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das passiert da, weil du eine reine Weste hast, kannst du plötzlich auch Gott, dem heiligen Gott begegnen und musst dabei nicht sterben. Was für eine Botschaft. Nichts, nichts steht mehr im Weg. Jesus, er zieht es alles durch, er hält es durch bis zum Tod. Er trinkt den Becher des Schmerzes. Brandgefühl, den trinkt er aus und zwar auf Ex. Und zwar für dich und mich. Überragend sieht es irgendwie nicht aus, finde ich. In dem, wie das dargestellt ist, eher kläglich, schmerzvoll und grausam. Was hier passiert am Kreuz, ist nicht unbedingt logisch. Aber es ist absolut sinnvoll, so wie wir das sehen können, hier an diesem Gewand. Und weil wir Menschen jetzt nicht immer ganz logisch begreifen können, haben wir immer so eine Tendenz in uns zu sagen, Jesus, komm doch, zeig doch deine Macht, steig doch runter vom Kreuz, dann glauben die doch alle. Du kannst nachher auch wieder hochsteigen, Sünde besiegen und so, kein Problem, aber steig doch kurz runter. Und vielleicht auch wegen mir hättest du es eigentlich nicht machen müssen. Ganz ehrlich, das ist das leise Flüstern Satan. Im Mund der laut krönelnden und verspottenden Menge. Noch deutlicher wird dieses Gedankengut in Matthäus heißt, wenn, wenn du Gottes Sohn bist, dann, dann steig von diesem Kreuz herab. Wenn, dann, Mentalität. Wenn du Gott bist, dann tu dies oder das. Wenn du mich wirklich liebst, dann schenk mir eine Freundin, dann schenk, dass ich ihm Lotto gewinne. Zeig, dass du mich liebst, Gott. Wenn du Gott bist, dann mach XY. Wir versuchen, Gott zu erpressen. Aber das Ziel in der Bibel ist, nie Gott zu überbrechen, sondern Gott zu suchen. Und ja, gerade auch mitten im Leid. Wenn dieser Gott nicht außerhalb von Leid ist, sondern selber mittendrin, ist er vielleicht gerade dort am deutlichsten zu finden. Jesus, er hätte seine Macht zeigen können. Hey, wie gerne würde ich das tun? Ganz ehrlich war es so ein Kind, das immer getriggert war davon, so im Sinne von, Micha, das traust du dich eh nicht. Micha, das machst du eh nicht. Ihr könnt euch ja vorstellen, was ich gemacht habe. Natürlich. Ich wollte ja zeigen, wer ich bin und was ich kann. Und genau da versucht der Teufel Jesus auch zu triggern. Aber Jesus, er hat etwas Größeres als sein eigenes Ego, das ihn antreibt, dort am Kreuz zu bleiben. Nämlich die Liebe zu dir. Jesus hält es aus, dass seine Identität dermaßen in Frage gestellt wird. Er erkennt dieses Flüstern als eine Lüge. Und wir bekommen auch immer wieder eine Lüge eingeflüstert. Und ich glaube, es ist rund um Karfreitag gar nicht so ohne, nämlich Scham. Klar, Karfreitag gehört dazu eine gewisse Reue, Umkehr, Buße. Vielleicht auch ein Entsetztsein über die schwerwiegende Konsequenz der Sünde und wie bestialisch das Ganze aussieht. Aber Scham ist etwas anderes. Scham ist etwas, was dich abhält, das zu tun, was eigentlich gut für dich wäre. Es befeuert so diesen Gedanken und da trifft der Teufel natürlich eine Stelle bei uns. Wenn du wirklich Gottes Kind bist, dann lässt du dich verändern in deinem Leben. Dann wirst du Gott immer ähnlicher. Und du hörst auf, die Dinge zu tun, die dir und anderen Menschen schaden. Das Perfide an dem Ganzen ist, natürlich, es ist sogar Gottes Wunsch für dich und dein Leben, dass es Realität wird. Aber das Problem ist der Umkehrschluss, wo es zur Lüge wird. Wenn du dem nicht entsprichst, wenn dein Leben sich nicht verändert, du wirst immer noch in der gleichen Sünde festhalten, dann kannst du nicht Gottes Sohn sein. Dann ist dann kein Flüster mehr, sondern ein lautes Schreien in deinem Herzen, was gepusht wird durch diese Scham. Und das ist eine absolute Lüge. Wer Jesus stirbt, nicht am Kreuz, wer schon bei dir alles zauber wäre, wer du alles im Griff hast, sondern er kommt da rein, wer du es eben nicht hast. Karfreitag ist das Eingestände, ich schaffe es nicht alleine. Ich genüge den Ansprüchen Gottes nicht. Und zugleich, ich muss es nicht alleine schaffen, sondern der Sieg Jesu am Kreuz reicht aus. Er macht mich frei. Er macht mich gerecht. Er schenkt mir Vergebung. Er schenkt mir Leben. Ich bin ein Kind Gottes und es kann mir keine Lüge nehmen. Der Teufel will, dass du durch dieses leisige Flüster mit deinem Dreck, mit deinem dunklen Unterhemd alleine bleibst. Schäm dich. Und ein Gedanke, der noch tiefer dahinter steckt, ist so, ey, vielleicht dieser Gedanke, ey, ich muss Gott motivieren, in dem wie ich lebe, dass er mich liebt. Und viele würden sagen, nee, natürlich nicht. Aber genau so, genau so leben wir doch oft. Wir wollen Gott beweisen, hey, guck mal, wie toll mein Leben ist, dass du mich liebst. Hey, ganz ehrlich, du brauchst Gott noch nicht motivieren, dass er dich liebt. Gott liebt immer und zwar maximal. Es ist nicht, weil du toll warst, dass Jesus dort am Kreuz ging, sondern weil er sich entschieden hat, aus purer Liebe für dich. Seine Liebe ist immer maximal. Und das ist aber auch seine Annahme. Karfreitag ist für mich das Eingeständnis, hey, ich schaffe es nicht alleine. Ich genüge den Ansprüchen Gottes nicht, aber ich muss es auch nicht alleine schaffen, weil die Tat Jesu am Kreuz geniegt. Soll ich dir sagen, warum Jesus durchzieht? Er zieht durch, weil du dieses eine Bild im Kopf hast, wie du in den Armen Gottes des Vaters stehst. Voller Freude, voller Vergebung, weil du ihn zu Hause findest. Jesus muss dich nicht zwingen lassen. Was für ein grausamer Gott ist es, der seinen Sohn da zwingt und hingibt? Nee, 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 das ist es nicht. Jesus entscheidet sich, weil er Liebe ist. Weil er Liebe ist, sagt er, ich ziehe das durch, weil ich dieses eine Bild habe, das mich motiviert, dass du nicht mehr alleine bist, sondern bei Gott zu Hause, daheim. Und deshalb ist das Kreuz, so bestialisch es auch aussieht, es ist wirklich das Zeichen für Liebe. Und ich würde sagen, menschlich natürlich ist es kaum zu erkennen, aber aus göttlicher Perspektive ist es absolut unübersehbar. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit letzter Kraft schreit es Jesus raus, er hält damit nochmal eine Predigt. Hey, Jesus, er war dort, wo du in deinen dunkelsten Stunden warst. Jesus, er ist da, wo du dich heute befindest. Er hat für dich und mit dir gelitten. Und dieser scheinbare Tiefpunkt, dieses Gott von Gott verlassen, Gott selber in Gott verlassen hat, ich kann es noch nicht mehr denken, in diesem scheinbaren, bitteren, bestialischen Tiefpunkt scheint ein Höhepunkt massiv hindurch, der Vorhang im Tempel reißt in zwei. An diesem absolut grausamen, scheinenden Tiefpunkt, da wird es zum Höhepunkt für eine Person, nämlich für diesen Zenturium, mit dem ich angefangen habe und mit dem ich ende. Und er, er kommt zu einem Bekenntnis, er kommt zu einer Erkenntnis und er sagt am Ende, wer es glaubt, wird selig. Diesmal nicht mehr volle Hohle und Spott, sondern wirklich aufrichtig. Was die anderen spottend erwähnen, hey, wenn wir sehen, dann glauben wir, das erlebt der Zenturio tatsächlich in seinem eigenen Leben. Er kennt die römische Macht und erlebt freiwillige göttliche Ohnmacht. Er kennt die römische Stärke und erlebt freiwillige göttliche Schwäche. Er kennt römische Kontrolle und blickt in die Augen göttlicher Wahrheit. Ihm wird Erkenntnis geschenkt. Hey, ich habe der Wahrheit ins Auge geblickt. Nicht, ich habe die Wahrheit, sondern ich habe der Wahrheit ins Auge geblickt. Die Leute reden ständig in seiner Gegenwart vom Sohn Gottes, auch wenn es Spott ist, für ihn wird es eine absolute Realität. Und als dieser Hauptmann da unter diesem Kreuz steht, gegenüber von Jesus, da treffen sich die Blicke ihm mitten ins Herz und er sagt, dieses schwerwiegende Bekenntnis auch für ihn, wer weiß, was mit ihm dann noch passiert ist, so wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Und dann habe ich mich noch gefragt, müsste dieser Zenturion jetzt eigentlich jetzt mega Schiss bekommen, so richtig Angst? Er hat gerade kapiert, dass er den Sohn Gottes umgebracht hat. Und wir müssen wissen, die Götter früher, die waren ganz schön rachsüchtig. Das heißt, wenn ich jetzt kapiert habe als Zenturion, ich habe den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt, was würde dein Vater wohl mit mir machen? Der hätte mir ganz schön die Hosen eigentlich voll haben müssen, aber ich glaube, er hatte sie nicht voll. Warum? Ich glaube, als er diesem Jesus in die Augen schaut, dort am Kreuz, da sieht er nicht, dass es ein rachsüchtiger Gott ist, sondern dass es ein Gott, der Liebe ist. Ich glaube, er hat sein Wesen verstanden. Wir können so viel über Jesus reden, wir können so oft in Gottesdiensten sitzen, aber wir können nicht verstehen, wer Jesus ist. Dieser Zenturion ist nicht christlich aufgewachsen und hat es in einem Moment verstanden, warum, weil er hingeschaut hat. Er ist dem Blick vom Kreuz, dem Blick vom Gekreuzigten nicht ausgewichen. Er hat sich diesem Blick ausgesetzt. Ihre Blicke haben sich getroffen und es hat mitten in seinem Herz getroffen, diese Liebe Gottes. Er hat eine göttliche Perspektive gewonnen, dass dort nicht irgendein Wurm hängt. Da hängt kein Wurm, sondern die wahre Identität von Jesus erkannt, dass er Gottes Sohn ist. Wow. Und ich glaube, es ist dir auch möglich, dass du das Geheimnis vom Kreuz heute neu verstehst, wenn du diesen Blicken des Gekreuzigten heute nicht ausweist. Psalm 22, und damit möchte ich auch enden, endet mit einer Verheißung. Vers 25 heißt es, denn er hat die Augen nicht vor den Leidesbedürftigen verschlossen. Gott sieht dich. Er hat sich nicht abgewandt. Gott ist dir zugewandt, freundlich, sondern hat seine Hilferufe gehört. Dich will ich loben vor der ganzen Gemeinde, will meine Versprechen vor allen, die dich anbeten, erfüllen. Die Armen sollen essen und satt werden und alle, die den Herrn suchen, nicht erpressen, suchen, werden ihn loben. Und jetzt, euer Herz soll für immer leben. Euer Herz soll für immer leben. Hey, Karfreideck ist die Erkenntnis, ich brauche diesen Wurm. Darin liegt die Größe, darin liegt die Macht unseres Gottes verborgen, der sich selber nicht schont. Hey, lass dich nicht abhalten von der Lüge des Schames, sondern lass dich versöhnen mit Gott. Das Kreuz sagt, hey, Gott hat dich nicht verlassen, sondern er ist mittendrin in deinem Leid. Dieser Tod, ja, er ist wirklich überragend. Er konfrontiert mich gnadenlos mit meiner Begrenzung, mit meiner Verfehlung, mit der destruktiven Zerstörungsmacht der Sünde. Und zugleich scheint die Gnade so hell hindurch. Gott hat dich nicht verlassen. Er hat was vor mit dir. Er hat dich vergeben. Er hat dich freigemacht. Glaubst du das? Ich möchte gerne mit Jesus reden, ich möchte beten. Jesus soll ja schenken, dass dieses Wunder vom Kreuz in unseren Herzen ganz neu groß wird. Es entsetzt mich, es macht mich traurig und wütend, was da mit dir passiert ist und irgendwie, dass ich da auch mit drin hänge. Aber lass zu, der Scham mich nicht abhält. Ich will alles vor dich legen, wir wollen alles vor dich legen. Jetzt auch gleich im Abendmahl, was uns trennt von dir. Du siehst dich, was jeder Einzelne von uns vielleicht auch verheimlicht, wo wir dieses Unterhemd tragen voller dunkler Flecken. Wo wir genau spüren, das macht uns kaputt. Aber wir trauen uns nicht ehrlich zu werden, sondern bleiben im Verborgenen und erleben, wie wir austrocknen. Jesus schenkt, dass heute Freiheit stattfindet für jedes einzelne Herz. Dass wir erleben, was dein Kreuz für ein Sieg ist und dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und dass du lebst. Und wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Das will ich proklamieren. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020